Ja gut, das war eine ganz andere Geschichte als in dem letzten Rennen, das wir gesehen haben. Wir kennen ja Birds of Prey vom Dezember und schweizerischer Sicht muss ich sagen, ich glaube es ist ein Schweizer Berg, weil alle unsere Speedfahrer, die dort oben schon waren, hatten dort im Beaverkrieg bereits Erfolg, Janka, Feuz, Küng, also von dem her gesehen gehe ich eigentlich recht positiv auf den Beaverkrieg. Ich glaube auf dieser Strecke kannst du Medaillen nur gewinnen, wenn du nie grosse Fehler machst. Die ganz grossen Fehler sind immer möglich im Steilhang, wo halt einfach eine sehr schwere Kurvenfolge ist. Man kann aber das Rennen bereits am Start verlieren, wenn das Material nicht stimmt, wenn der Start nicht perfekt ist und man mit 6 Centel Rückstand in den Steilhang reinkommt, dann ist alles verloren. Und dann darf man die Schlüsselstellen einfach nicht unterschätzen. Der Golden Eagle wird ganz sicher ein attraktiver Sprung werden, aber auch dort darf man keine Fehler machen, sonst ist dann nicht nur Zeitverlust, sondern vielleicht sogar eben ein Sturz. Danke schön mal. Danke schön, bitte ja.